Gar nicht royal! Meghan Markles Hose schleift auf dem Boden. Wenn das kein königlicher Kleidungsfeier ist. Seit Meghan Markles, 36, Verlobung mit Prinz Harry, 33, kann sich die Schauspielerin vor kritischen Augenpaaren kaum noch retten. Erst vor wenigen Wochen wurde ihr lockerer Dutt als unroyal verhöhnt. Auch ihr neuster Auftritt dürfte für Hobbykritiker ein gefundenes Fressen sein, Meghan's Hose schliff auf dem Boden. Dabei hätte die Brünette ihre erste offizielle Schottlandreise gemeinsam mit ihrem Verlobten gar nicht ehrwürdiger angehen können, ihren Rundgang auf der Burg Edinburg-Hastler legte die Braut in Spur in einem blau-grünen Burberry-Mantel hin, der mit seinem Schottenmuster den Anlass nicht besser hätte untermalen können. Noch länger als der modische Überwurf fiel allerdings Hose aus, das schwarze Beinkleid verdeckten nicht nur ihre eleganten Schuhe, sondern gleichzeitig sogar ein gutes Stück der nassen Promenade. Von diesem feuchten Fauchsspaß ließ sich der Baldroyal allerdings nicht beirren. Mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht und ihrem Herzensmann an ihrer Seite posierte die Brautie für zahlreiche Fan-Selfies und schüttelte so viele Hände, wie es ihr in dem Trubel nur möglich war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017